Hey Leute, heute gibt es ein kurzes Video, in dem ich euch zeige, wie ihr Glühwürmchen fangen könnt. Ich werde euch zeigen, wie das funktioniert, auf welche Karte ihr genommen müsst und was ihr alles dazu benötigt. Also um die besagten Glühwürmchen zu fangen, müsst ihr zur Map Wolfsjägerfeld fliegen, da es diese nur dort gibt. Und wie auch beim Angeln braucht man dazu ein bestimmtes Werkzeug, welches sich Kiefernetz nennt und ihr in eurem Bauplan mit Nano herstellen könnt. Und dann kann es schon losgehen, rennt in die Mitte der Glühwürmchen und versucht euer Glück. Und falls es nicht direkt klappt, dann einfach weiter versuchen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass man Glühwürmchen nur nachts fangen kann und wenn es nicht regnet. Musik 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 Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr wieder nach Hause, um die Glühwimmchen in sein Haus stellen zu können. Und dafür benötigt man wie bei den Fischen ein extra Aquarium, welches man momentan im Trainingsmarkt finden kann. Ohne dieses Aquarium kann man ansonsten die Glühwimmchen nicht nutzen, da sich diese nicht ins Aquarium der Fische einsetzen lassen. Und nicht zu vergessen, haben die Glühwimmchen leider wie die Fische nur ein begrenztes Zeitlimit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.